Alles klar, Frank Kam, absoluten Nute. Jetzt geht Schwenig-Nurie. Vor Ort der Welt. Der Tor, der Tor, der Tor, der Tor, der Tor, der Tor, der Tor. Moin, keines Moin, du. Und willkommen aus Trabkamp. Ich habe hier einen durchaus kleinen, aber auch sehr gemütlichen Platz vorgefunden. Alles Weitere seht ihr ja gleich im Rundgang. Aber bevor wir losgehen, noch mal ein Hinweis in einer Sache. Schaut bitte ans Ende des Videos nachher. Bleibt bitte zum Fazit unbedingt dran dieses Mal. Denn ich habe eine Frage dieses Mal an alle Zuschauer. Weil es soll ja immer den Ausblick geben. Das hatte ich ja im Schwerin-Video schon gesagt. Dieses Mal gibt es auch einen Ausblick. Aber dazu muss ich euch etwas fragen. Was mir sehr wichtig ist, ob ihr da Bock drauf habt. Das ist für den Ausblick dieses Mal unglaublich wichtig. Aber jetzt gehen wir erstmal über den Platz. Schauen uns das hier mal an. Es gibt hier neben der Kürbis, neben dem Jahrmarktplatz, auch noch ein Straßenfest. Da werde ich auch noch mal ein bisschen rumlaufen und noch mal das eine oder andere einfangen. In diesem Sinne, bleibt dran! 3 1 1 1 1 1 1 2 Bis zum nächsten Mal. 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 Bleib dran. Bis zum nächsten Mal.